. . . . . . . . Das wird ein Spaß. . 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 Hey, darfst du groß? Warte mal, ich habe schon Lüfters gehört. Warte mal. Ich reagiere. Warte mal. Oh, easy. Woo. Ah, ha! Ah! Ah, ha! Ah! Ah! ist der tod ich denke schon also haben sie ihre dragoons auf uns gehetzt kaiserliche schlangen wollen sie uns etwa erobern noch nicht dafür sind es zu wenige das ist keine invasion das ist ein anschlag mehr können wir nicht tun zurück zu meinem vater sie hier diese scherpen wurden gestern verteilt in rosalie denn sie schon unter uns waren und das nicht alle sind vater und joshua sind in gefahr reilung auf den ross was ist das so ein glück euer gnaden seid ihr wohl auf mir fehlt nichts wir werden verstärkung aus rosalie tun ihr müsst mir helfen bringt joshua an einen sicheren ort steig auf joshua verzeiht euer gnaden das kann ich nicht zulassen ihr falschen schlangen zurück ich warne euch lauf joshua lauf nein nein ha 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 Bleib nicht ich! Ich zähle auf dich, Joshua. Ach du, Chef. Füße dich schnell! Es warf! Der Phönix. Der Phönix! Joshua! Er hat seine Kraft! Er hat sie nicht im Griff! Ich muss ihm helfen! Nein, Clive! Zurück! Clive! Ich danke dir, mein Schutzengel. Hilf dir auf und geht! Bitte! Joshua! Halte durch! Nicht jetzt! Du bist! Komm! Tu deine Pflicht! Du bist dein Schild! Erfie! Clive? Was? Was ist denn noch anders? Noch eine S-Bel-Spa-Hertsch? Aber das ist unmöglich! Wer bist du? Wer bist du? Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Was? What the fuck? Hört mich mal bitte einer knifen? Nein, Schatz! Alter! Mit 8 Zielen? Ausreichend? Okay. Ich werde schon irgendwas machen. Oh! Mit der Playstation ist das nicht gerade so einfach für mich. Ey, da weiß man doch gar nicht, wann man ausweichen soll. Ich kann's sehen kaum an damit! Ich kann's sehen kaum an damit! Du bist mit 6 Zielen! Das ist der Bes Meer! Das ist der Besuch! Und die schmerzen! Hör auf! Das ist dein Lieber! Das ist der Ammoniten! Ja? Das war sogar perfekt ausgewiesen. Okay. Ich muss ihn aufhalten. Ich muss ihn retten. Ich muss ihn aufhalten. Ich muss ihn aufhalten. Ich habe meinem Bruder ein besprechen. Und das werde ich aufhalten. Ich muss ihn 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 aufhalten. Nein! Hör auf! Nimm die Hände von meinem Bruder! Hilf mir! Hilf mir gleich! Joshua! Hör auf! Hör auf! Ich wollte ihn! Ich wollte ihn! Ich wollte ihn! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Du Monster! Ich bring dich um! Ich bring dich um, verdammt! Was für ein absolutes Chaos. Schade um den Phönix. Aber da war nichts zu machen. Mein Beileid, euer Gnaden. Können wir etwas für euch tun? Was wollt ihr noch tun, Hauptmann? Joshua war meine Welt. Und nun ist er fort. Ich kann nur hoffen, dass mir in der neuen Welt seiner Heiligkeit noch eine Rolle zusteht. Verstehe. Euer Gnaden, seht her! Die Trümmer müssen ihn vor den Flammen geschützt haben. Nehmen wir ihn gefangen? Nicht nötig. Tötet ihn. Wartet! Mein Mann hat oft von ihm geschwärmt. Er sei ein guter Soldat. An der Kaiserlichen Front wird er sich gewiss als nützlich erweisen. Alles hat seinen richten Platz. Nehmt ihn mit! Ha 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 ha! Kopf hoch, Junge! Aus dir wird noch ein richtiger Soldat! Joshua. Was? Joshua. Geist! Robert Comeland! Paul Comeland aud 가지고, ministerium liefert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017